Musik Die Nase eines Hundes ist etwas ganz Feines. Während der Mensch nur 5 Millionen Riechzellen hat, besitzt ein Hund um die 200 Millionen Riechzellen. Und diese Riechzellen, die helfen ihm natürlich Gerüche wahrzunehmen. Wir schauen heute Maintrailinghund Fox ganz genau bei der Nasenarbeit zu. Ja, servus Armin. Das ist also der Fox. Das ist der Fox. Das ist der Fox, unser heutiges Objekt der Begierde. Genau. Der ist ein Maintrailinghund. Ein Maintrailinghund, aber auch in ganzem anderen Rettungssystem auch ausgebildet. Okay, was bedeutet das jetzt, Maintrailinghund? Maintrailing heißt eigentlich nichts anderes, wie den Menschen mit dem Individualgeruch zu finden. Das heißt, ich brauche jedes Mal, wenn ich eine Suche mache, einen Geruch von der Person, was verschwunden ist. Und du hast ja auch eine Austrian Maintrailinghund Academy gegründet, bereits 2012. Du warst quasi Vorreiter hier bei uns in Österreich auch mit deinen Hunden. Korrekt. Ich habe nämlich einmal eine Person gefunden und habe nicht gewusst, aus welchem Grund hat mein Hund jetzt das gefunden. Und habe mich dann mit Experten zusammengeredet. Und man ist draufgekommen, dass das in der Schweiz, in Amerika sehr wohl schon länger gibt. Und dass man das Maintrailing nennt. Und bin dann 2007 nach Norddeutschland gefahren, habe da ein 14-tägiges Seminar gemacht. Und seitdem probiere ich das immer. Es funktioniert. Und seit 2012 haben wir überhaupt eine Organisation gegründet, die sich Austria Maintrailing Akademie nennt. Viele kennen jetzt vielleicht Fährtenhunde. Was ist der Unterschied zwischen einem Fährtenhund und einem Maintrailinghund? Ja, der Fährtenhund geht immer nach Bodenverletzung. Und diese Hunde, die Maintrailing machen, die gehen nach dem Individualgeruch. Das heißt, der Geruch von der verlusten Person bleibt auf dem Asphalt hängen, bleibt auf der Hausmauer hängen, auf Gebüsche. Es kann aber auch sein, dass der Wind so 50 bis 100 Meter den Geruch vertreibt. Und da darf ich mit einem Trailhund den Geruch nachgehen. Ein Fährtenhund muss immer die Spurverletzung, was die Person gemacht hat, genau dort korrekt nachgehen. Und das braucht er nicht. Er sucht sich seinen Geruch, was er braucht. Und wie er sich den Geruch sucht, ich glaube, das schauen wir uns jetzt an. Du hast uns was vorbereitet, dass wir auch dem Fuchs bei der Arbeit zuschauen können. Genau, wir haben eine Person ausgelegt. Ich muss jetzt zu diesem Bäckerweg gehen. Dann wird der Hund adjustiert, wird er angezogen. Dann kriegt er einen Geruch und dann verfolgen wir die Spur, wo ich nicht genau weiß, wo die Person hingegangen ist. Okay, wir sagen, gehen wir es an. Da muss ich den Hund jetzt einriechen. Super. Der kleine Geruch, was er da jetzt genommen hat, der Schnuppervoll, der reicht. Und dann sage ich Trailhund. Was man jetzt beachten muss, auf der Hausmauer bleiben Gerüche hängen. Jetzt ist natürlich das Schwierige, es kommt bei Kreuzung. Bei der Kreuzung muss sich der Hund einriechen. Wo kann die Person hinsehen? Er darf links, er darf rechts. Ich glaube, genau der Hauptplatz ist eine große Herausforderung. Das ist eine der größten Herausforderungen. Menschen, menschliche Gerüche, Hunde, sitzende Personen, die meistens sind unsere Opfer ja so, die irgendwo sitzen. Da muss er hingehen, riechen und schauen, bist das du oder bist das nicht. Jetzt weiß ich nicht, ist die Person vielleicht da drüben gegangen. Ich habe auch keine Ahnung. Das Interessante dabei ist, wenn er in der Arbeit steht, da können Kinder, andere Hund vorbeigehen, da macht er seine Arbeit. Das ist der Unterschied, Trellen und Pferden. Er sucht sich seinen Geruch weg. Das Interessante ist ja beim Hund, er kann mit seiner Nase links und rechts riechen. Das hat einen Vorteil, wenn man links und rechts riecht, dass er sich immer den frischesten Geruch hält. Der Hund muss sich jetzt einriechen, da muss ich ihn allein arbeiten lassen. Er kann sich immer wieder zu einem festen Teil hinbegeben. Irgendwo hat er jetzt was gekriegt. Okay. Jetzt geht er auf. Jetzt hat er auf. Ja, super, super. Und jetzt kriegt er als Belaunung einen großen Happen, weil er die richtige Person gefunden hat. Käse. Käse, Wurst, das ist ein bisschen ein Gemix drinnen, wichtig ist. Und jetzt kommt von mir auch noch ein Lob, dass ich sage, super war er, feiner ist er. Und was jetzt ganz wichtig ist, könnt ihr bitte die Leine. Jetzt, also haben wir ja eine andere. Danke. Jetzt tun wir das Geschirr runter, dann muss der Hund wissen, dass die Arbeit vorbei ist. Und jetzt wird er ganz normal zum Auto zurückgeführt. Okay. Das Wichtigste ist, den Hund lesen lernen. Der Hund sagt dir so viel mit dem Schwab. Solange er wedelt, ist er gut drauf. Ja. Wenn er dann sich schüttelt oder geht, dann sagt er mir, Herrl, warte ein bisschen. Momentan weiß ich jetzt nicht, wohin ich muss. Dann muss ich die Ruhe bewahren und sagen, okay, lieber Hund, riech, schau, schnuppern. Man muss ja eines wissen, ein Hund hat ja ganz anderes Riechvermögen wie wir Menschen. Und vor allem hat er einen Riechtippel, dass er viel mehr konzentrieren kann, was ist jetzt alles gewesen. Mit dem Fox arbeitest du ja schon sehr lange. Wie lange wird es jetzt bei mir dauern, bis mein Hund und ich mein Trailing beherrschen würden? Ja, das ist bei mir so. Ich gebe Seminare, die freitags beginnen, am Sonntag enden. Wir nennen das die ersten Schritte. Und da lernt man mal wirklich die Grundbegriffe, den Hund lesen zu lernen. Das Interessante ist, der Hund hat das eigentlich, wenn ich Freitagnachmittag anfange, am Samstagvormittag kapiert, was wir wollen. Nur der liebe Hundeführer kann den Hund nicht lesen. Wenn der Hund jetzt irgendwo stehen bleibt, wird der Hundeführer nervös und macht den Hund einen Druck und sagt weiter, weiter, weiter. Das bringt nichts. Ihr habt eure Akademie, wie gesagt, im Jahr 2012 gegründet. Woher kommt mein Trailing eigentlich? Ja, mein Trailing ist eine ganz interessante Sache. Der kommt da aus Altafrika und das immer dort, wo es Sklaven gegeben hat, haben die reichen, großen Herren eine Hundemeute gehabt, die man in den Sklavennest hingetrieben hat, weil die Sklaven haben ja bekanntlich alle noch in einem Massenquartier gewohnt. Und wenn einer glaubt hat, jetzt rennt er davon, hat man die Hunde in das Quartier geschickt. Die haben die Leute sortiert, einerfüllt und sind dann in Masse den Hunden nach. Und meistens hat der, was der Fanggründ ist, das nicht überlebt, weil die Masse der Hunde ihn zerfressen hat. Wir machen das natürlich nicht so auf diese harte Art, sondern bei uns ist es so, wie man jetzt vielleicht im Bild gesehen hat, da sitzt das Opfer, das ist Lehrenphase, da sitzt das Opfer und hat ihm zum Schluss ein Becherl mit Futter, damit er sich freut. Ich habe sehr viele Einsätze gehabt, im Ernstfall, da habe ich natürlich immer irgendwas mit. Der Hund zeigt mir die Person, ich bin mir sicher, das ist sie jetzt. Und dann mache ich mit dem Hund ein zwei, drei Sekunden Spiel, lege ihn ab und dann schaue ich, wie es der Person geht. Also wie man sieht, der Hund ist für Nasenarbeit definitiv gemacht. Wenn Sie auch Lust haben, mit Ihrem Hund Mantraining zu betreiben, bei Armin Erdler und der Austrian Mantraining Academy sind Sie auf alle Fälle gut aufgehoben.